Die Alzheimer-Krankheit beginnt zunächst langsam und unbemerkt. Bis zu 25 Jahre vor den ersten Alzheimer-Anzeichen treten bereits die ersten pathologischen Veränderungen im Gehirn auf. Ab Beginn der ersten Symptome beträgt die Lebenserwartung bei Alzheimer im Durchschnitt etwa sieben Jahre. Das kann allerdings individuell auch sehr verschieden sein. Bei den meisten Betroffenen verschlechtert sich die Krankheit stetig. Bei anderen beginnen die Symptome akut oder nehmen auch einen wechselhaften Verlauf. Der beste Zeitpunkt, zum Arzt zu gehen, ist in jedem Fall, sobald man selbst erste Symptome wahrnimmt oder wenn Angehörige erste Alzheimer-Anzeichen feststellen. Typische Symptome der Alzheimer-Krankheit sind Störungen des Gedächtnisses, der Sprache oder beim planerischen Denken und Handeln. Typisch sind auch Störungen der Wahrnehmung, der Alltagskompetenzen und der örtlichen sowie zeitlichen Orientierung. Wenn Sie mehr über die Alzheimer-Krankheit wissen möchten, dann bestellen Sie gerne unseren kostenfreien Ratgeber die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzen. Je nach Definition unterteilt man die Alzheimer-Krankheit in drei oder vier Stadien. Noch vor den ersten Demenzsymptomen zeigen sich meist erste leichte kognitive Störungen. Dieses Stadium nennt man auch mild cognitive impairment und wird mit MCI abgekürzt. Diese leichten Gedächtnisveränderungen fallen zwar meist kaum auf, sind aber in Tests durchaus nachweisbar. Man ist dadurch im Alltag nicht eingeschränkt, weil man noch eine gute Gedächtnisleistung hat. In diesem Stadium ist es auch noch möglich zu arbeiten oder einer anderen regelmäßigen Beschäftigung nachzugehen. Teilweise kostet es die Betroffenen allerdings eine etwas größere Anstrengung als vorher. Dieses Stadium erhöht zwar das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, es führt aber nicht zwangsläufig zur Erkrankung. Manche Menschen verbleiben auch in diesem Stadium. Im frühen Alzheimer-Stadium treten dann erste Störungen des Kurzzeitgedächtnisses auf. Es zeigen sich Schwierigkeiten beim Merken und Gespräche folgen. Wortfindungsstörungen und Gegenstände werden an ungewöhnliche Orte verlegt. Auch Probleme mit der zeitlichen und räumlichen Orientierung treten auf. Es werden zwar noch einfache Alltagsaufgaben bewältigt, aber zum Beispiel bei Banküberweisungen oder ähnlichen Aufgaben wird Hilfe benötigt. Die Betroffenen sind sich ihrer Einschränkungen durchaus bewusst und reagieren deshalb teilweise mit Scham und Rückzug. Sie versuchen ihre Einschränkungen zu vertuschen und manche sind darin sogar sehr erfolgreich und sie meiden Situationen, die sie herausfordern. Verständlicherweise leiden manche Betroffene deshalb an Stimmungsschwankungen, Depressionen und Reizbarkeit. Im mittleren Stadium wird die Krankheit offensichtlich. Nun ist nicht nur das Kurzzeitgedächtnis betroffen, sondern auch das Langzeitgedächtnis. Erinnerungen an Lebensereignisse verschwinden allmählich, auch wenn Erinnerungen an Kindheit und Jugend durchaus meist noch präsent sind. Diese Erinnerungen können schlagartig auftauchen und werden als das Jetzt empfunden. Dadurch ist die Orientierung im eigenen Zuhause erschwert und eine selbstständige Lebensführung ist dann nicht mehr möglich. Die Betroffenen zeigen große Veränderungen im Verhalten und in der Persönlichkeit. Sie empfinden eine große Unruhe, Nervosität und Rastlosigkeit. Es gibt häufig eine Wecklauftendenz, was genau genommen eine Hinlauftendenz ist. PatientInnen laufen nämlich nicht unbedingt vor etwas weg. Sie folgen zum Beispiel dem Impuls, nach Hause gehen zu wollen. Durch ihre Orientierungslosigkeit erkennen sie ihr eigenes Zuhause oder das Pflegeheim, aber häufig nicht mehr als das, was es ist. Und dann sieht es so aus, als würden sie weglaufen. Und dies kann auch nachts passieren, weil der Schlafwachrhythmus gestört ist. Die Betroffenen sind häufig misstrauisch und gereizt und manche neigen sogar zu aggressiven Ausbrüchen. Das sind alles Reaktionen auf ihre eigene Hilflosigkeit, die sie spüren. Und dieses Verhalten stellt natürlich eine große Belastung für Betroffene und ihre Angehörigen dar. Im späten Stadium befinden sich die Betroffenen im sogenannten Alzheimer-End-Stadium. Es kommt zum körperlichen Abbau, wodurch auch Sprechen, Kauen, Schlucken und Atmen immer mühsamer wird. Die Betroffenen werden häufig inkontinent. Sie sind nicht mehr so mobil. Es kommt zu Versteifungen der Gliedmaßen und zu Krampfanfällen. Sie werden anfällig für Infektionen, weil das Immunsystem nicht mehr intakt ist. Sie können irgendwann nur noch im Bett liegen, wodurch die Lunge nicht mehr so gut belüftet wird, also nicht genügend Sauerstoff bekommt. Dadurch entstehen dann oft Lungenentzündungen. Am Ende sind die Betroffenen rund um die Uhr pflegebedürftig. Die Menschen versterben an den Folgen dieses Stadiums, häufig tatsächlich an einer Lungenentzündung.